Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Alien Isolation und ich würde vorschlagen, machen wir direkt mal weiter. Eventuell seht ihr schon, dass ich nicht mit Facecam mache, das hat zwei ganz einfache Gründe. Erstens nehme ich nicht mit Fraps auf, weil wie ihr eventuell schon wisst, ist meine Festplatte ultimativ voll, weshalb ich mit Open Broadcaster aufnehme. Und mit Open Broadcaster nehme ich normalerweise meine Facecam auf. Jetzt ist es auch so, dass ich in manchen Szenen dann eben keine Facecam ausschalten kann bei Open Broadcaster, manuell, was ich eigentlich gerne mache. Und es ist ultimativ heiß, weshalb ich am liebsten ohne Facecam mache, weil ich erstens richtig scheiße aussehe gerade. Und, ähm, ich hier auch, sag ich mal, oberkörperfrei bin. Und ich hab, ich weiß gerade nicht, wo wir sind, ne, also... Hm. Warte, haben wir irgendwas gegen den? Hm, nicht wir... Können wir so eine EMP-Granate craften? Dafür bräuchten wir ein Ladungspack. Als ob! Ah, schaff ich nicht. Bin tot. Äh, hätte ja klappen können. Ich dachte, der sei schon so, ähm... Gedamaged, dass ich den hätte killen können. Aber war leider nicht der Fall. Boah, ich freu mich gleich richtig, wenn ich fertig, ähm... Habe aufzunehmen, weil ich, ähm, unten noch Eis habe. Im Kühlschrank. Achso, da ist ein... Dings. Ähm... Okay. Tschüss. Merkwürdig. Ach. Hi. Äh, lol. Und jetzt wieder schnell drücken. Lol. Es ist einfach richtig schwer. Also, ich muss den killen. Ich habe keine andere Möglichkeit. Okay, ich werde den jetzt sowas von die Todes-Kombo verpassen. Das glaubt ihr gar nicht. Aber vorher muss ich mir ein Medikett machen. Weil ich das sonst nicht überlebe. So. So. So, jetzt gibt es hier... Habe ich Revolver. Hä? Ich gucke gerade mal eben durch. Hä, ich kann mit Mausrad nicht. Dann habe ich vermutlich keine Munition, ne? Na, der fickt mir hier... Komponente B. Ja, scrollen geht auch nicht. Was ich seltsam finde. Gut. Ich mache das ganz easy. In Saison finden Sie Rückhalt. So. Der macht sich jetzt auf den Weg. Ich werde den einfach von hinten versuchen zu erschlagen. Der wird dann versuchen, einen Konter zu machen. Und jetzt wieder schnell kontern. Okay, warte. Lalalala. So, jetzt gleich. So, jetzt den Counter. Komm schon. Yes. Nice. Speichern. Den mussten wir jetzt echt ausschalten. Es wäre sowas von ätzend gewesen, hier alle Teile irgendwie kaputt machen. So. Schrott, Pumpgun, Muni. Sehr schön. So. So. Ich kann aber... ...immer noch nicht die Waffe auswählen. Warum? Bin ich irgendwie dumm? Ich glaube, das backt gerade einfach. Nö, es geht immer auf Elektroschocker. Was ich ziemlich seltsam finde. Hm. Müsste ich mal... ...nachprüfen. Oh, was sollen wir denn hier? Strom wiederherstellen. Das heißt, hier müsste noch irgendwas sein. Hier ist noch was. Ah. Ich muss mal meinen Mauspad ein bisschen richtig hinlegen. Ist gerade alles ein wenig unbequem. Hä? Ich kann einfach meine Waffe nicht auswählen. Gibt es hier noch eine zweite Seite? Nö. Oh, was war da? Oh, keine Ahnung. Nö, ich kann meine Waffe nicht auswählen. So, was haben wir hier? Gerät unzureichen. Okay. Hier noch. Ah, dann müsste man durch die ganze Station und alles durch hier. Den ganzen Raum. Hätte ich ja null Bock gehabt. Okay, verstecken. Nö. So, das haben wir schon aktiviert. Dann gucken wir jetzt mal, ob wir jetzt genug Strom haben. Ja, jetzt natürlich. Oh, ich brauche so viel Kraft, um das Ding überhaupt mal zu aktivieren. Ich habe mich nur beim Androiden so ein bisschen beeilt mit dem E drücken. Das heißt, so ein bisschen Spam. Ah, dann kann ich hier rein. Okay. Machen wir... Hat er denn noch irgendwas dabei? Ähm... Hier war sonst nix mehr, ne? Ah doch, so ein bisschen. Speichern wir auf jeden Fall mal. Weil, wir wissen, speichern ist immer gut. So. Ne, ich kann immer noch nicht mal... Ach, die Waffen habe ich abgelegt. Stimmt. Die habe ich ja abgelegt. Bin ich ein Hörny. Okay. Komische Geräusche im Gang. Bumm. Alter, übelste Jumpscare müsste jetzt kommen. Dann jetzt hier die Leiter hoch. Geht ja relativ flott. Guten Tag. So, hier lang. Oh, passiert jetzt bestimmt nix komisches oder so. Und speichern. Na komm. Okay. Öffnen sie das Gitter. Wo ist er? Okay, der ist da vorne. So, ich versuche mal hier ein bisschen so drum zu kommen. Und versuche auf jeden Fall immer den... Oh. Okay, da vorne. So, da steht das fette Radio im Weg. Okay. Okay, da vorne steht ja... Er geht weg. Sehr gut. Sollte ich das nicht benutzen? Hä? Tür verschlossen. Als ob. Ich hab das Radio angemacht. Mann, das wollte ich doch nicht. Ich dachte, das öffnet das Gitter oder so. Oh, oh. Okay, der kriegt gleich die Todes-Kombo. Dann schalten wir den auch aus. Nee, du weißt den Scheiß-Dreck. Ah, komm. Du kriegst gleich die... Ja, aber richtig. Du wirst gleich genug Zeit haben. Weil du gleich tot bist. Das ist kein Missverständnis hier. Komm her. Er kommt. Die Frage, sind die stärker, weil die irgendwie so einen Anzug anhaben? Ja, ich bin hier Jigsaw. Ich spiele ein Spiel mit ihr. Oh Mann. Wieder so ein Scheiß. Mann. Also zwei Hits sind eigentlich immer ziemlich drin von den Gegnern. Boah, ich räume mal ein bisschen auf. So. Also zwei Hits sind eigentlich immer von den Gegnern drin. Das heißt, zwei Hits sollte ich immer mit einberechnen. Und ich gehe jetzt mal ein bisschen anders an die Sache ran. Alle gehen da durch. Alles klar. Alles klar. Öffnen Sie das Gitter. So, ich gehe mal ein bisschen mehr hier durch. Blechschneider. Okay. Okay, ich probiere mal was aus. Ähm. Haben wir irgendwie so einen Störer oder so? Kann man den werfen? Alle Handelsvertreter des Konzerns müssen sich bei Besuch beim nicht gelegenen Bill Tate melden. Wo ist denn der? Da. Was ist das denn? What the fuck? Tor, Tor, Tor. Was? Nein. In die Eier, Junge. Oh, komm, renn! In die Eier, aber richtig. Das war doch ein klassisches Schuss, Leute. Aua. Okay, hier ist nichts. Okay, der Tee verfolgt mich, glaube ich, nicht mehr. Aufzugrufen. So. Habt ihr schon mal so einen Schuss gesehen, Leute? Der hat ja noch was rausgepisst, ne? So. Zum zentralen Reaktor. Auf, wie geht's? Ich hab in einem ein Training absolviert. Das fühlt sich wie vor Ewigkeiten an. Oh. Dann lieber nochmal das Wissen ein bisschen auffrischen, ne? So. Einfach noch Munition, das ist nice. Das ist hier. Schrott habe ich schon hier noch. Ähm, speichern wir nochmal ein Net. Ah, da liegt was. Als ob das ne Pumpgun ist. So richtig obvious. Hä, das ist all mein Zeugs. Ist immer richtig nice, dass ich das alles wieder bekomme. Gut, dann einmal klettern. Und da ist ein Speicherpunkt. Ja. Speichern. So, dann machen wir noch bis zum nächsten Speicherpunkt. Und dann war es so mit der Episode. Äh, ja. So. Ähm. Bolzenschießung, Munition. Achso, das sind diese... Das Licht. Ah, lol. Das ist wie in der Minecraft-Adventure-Map. Sehen Sie schon was? Nichts. Ein paar Androiden. Kein steuerungssysteme. Das übliche. Ich werde auf der unteren Ebene nachsehen müssen. Da sollte irgendwo ein Aufzug der Hunden sein. Na komm. Alter, ist das laut. So. Jetzt kommen die natürlich alle. Na komm her. Double-Shot. Und. So. Down. Hier. 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 Und da vorne war ja noch einer. Oh, der hatte nix. Alles klar, dann... Holzenschießer, Elektroschocker. Okay, hier nicht. Wobei, da habe ich schon nachgeladen. Medikit, wie sieht es damit aus? Kann ich noch meins herstellen? Ja, kann ich. So, noch eins. Nein, kann ich nicht. Okay, dann... will ich eins auswählen. Und das dann nehmen. Bam. Sehr gut und wähle den Holzenschießer aus. Oh, hier nix. Auch nichts. Alter. Hier ist auch nichts. Gehen wir einfach mal durch. Hier scheint nix zu sein. So. Zur zentralen Reaktorwartung. Oh. Die Taschenlampe ist dem Dunkeln nützlich. Macht jedoch auch Feinde auf sie aufmerksam. Okay. Mit dem Sicherheitsdiengang können sie Systemzirungen und Terminals überbrücken. Alter, wie schnell die Nachrichten sind. Schon ein bisschen zu schnell für mich. Wieso habe ich das Gefühl, das wird jetzt richtig krass? Reaktor, sie sind alle hier. Wer? Alle, die verschwunden sind. Alle. Die sind alle in einer Art Nest gefangen. Da sind Eier. Das ist deine Farm. Shit. Sie müssen verschwinden. Sofort. Wöh. Ich muss den Strom für die Plattform an den Leitern hier unten wiederherstellen. Immer richtig ekelhaft. Okay. Oh, eine richtig spannende Stelle. Erstmal Schluss machen. Gut. Was ist auf dieser Episode? Man kann mich ganz herzlich fürs Zusehen wünschen. Allen noch einen wunderschönen Tag. Und sage Tschö. Bis dann. Und man sieht sich.